Du willst den Handstand schnell lernen und nicht wie viele andere einen Schritt vor und dafür zwei zurück machen? Der Schlüssel zum Erfolg sind die richtigen Grundlagen und eine davon zeige ich dir jetzt. Eine wichtige Grundlage, um den Handstand schnell lernen zu können, sind die Handgelenke. Ist klar, beim Handstand stellst du dich auf beide Handgelenke drauf und dein Körpergewicht muss von denen getragen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass die auch stabil genug sind und die Belastung aushalten können. Das vergessen leider viele, dann kriegen sie Handgelenkschmerzen, können wochenlang nicht Handstand trainieren und dann dauert das alles Jahre und vielleicht klappt es auch gar nicht. Es gibt auch andere wichtige Grundlagen, da komme ich am Ende des Videos einfach mal drauf. Wir gehen jetzt direkt in die Übungen, die du für dein Handgelenk machen musst. Wir starten mit einem Handgelenks-Push-Up und es wird direkt richtig eklig. Wir legen den Handrücken auf den Boden auf und jetzt gilt ganz wichtig für dich. Ich habe gesagt, wir führen dich langsam an die Belastung heran. Das heißt, wir können das Ganze immer für dich anpassen. Je näher deine Knie an den Händen sind, desto weniger Belastung hast du auf den Handgelenken, weil noch viel auf die Beine abgeleitet wird. Und je weiter du wegläufst, bist du gar in den kompletten Liege stützt, desto mehr Last kommt auf die Handgelenke. Das heißt, fang erstmal moderat an, schau, wie hat sich das Ganze dann angefühlt am nächsten Tag. Und dann kannst du langsam die Belastung steigern, bis du dann in die komplette Streckung kommst. Wie gesagt, Handrücken ist auf dem Boden, die Fingerspitzen zeigen zueinander. Und du willst erstmal den Ellbogen komplett strecken. Finde deine Dosis über die Knie und aus der Position werden wir die Schultern tief ziehen, den Ellbogen eng lassen, einen kleinen Liegestütz machen. Und wenn ich mich hochdrücke im letzten Stückchen, werde ich das Handgelenk umschlagen und auf die Faust kommen. Dass ich muskulär mein Handgelenk hier hochführen kann und es einfach absichern kann, falls im Handstand auch mal was schief geht, dass ich genügend Kraft habe, mich dort blocken zu können. Also Schultern tief, Ellbogen eng, runter in die Liegestütz und rauf auf die Faust. Davon machen wir 5 bis 10 Wiederholungen. Wie gesagt, innerhalb deiner Dosis. Pass da ein bisschen auf und dann gehen wir schon in die zweite Übung. Die zweite Übung nennt sich Wrist Rocks. Da geht es darum, das Handgelenk in dieser Richtung zu kippen. Das ist für dich vor allem interessant, wenn du irgendwann mal vielleicht auf Parallels oder auf deiner eigenen Yacht der Badeleiter den Handstand machen willst. Dann ist es wichtig, dass du hier genügend Kraft hast. Dazu die Fäuste wieder auf den Boden legen. Das gleiche Spielchen mit den Knien, um die Belastung zu regeln. Von hier aus geht es vor bis auf den Zeigefinger, bis der Daumen schon den Boden berührt. Und dann rollst du langsam über das Handgelenk zurück. Bis du auf den kleinen Finger kommst, beugst die Ellbogen leicht ein und schiebst wieder vor. Wenn du nach vorne schiebst, ist der Ellbogen voll gestreckt und die Belastung mehr auf dem Zeigefinger. Und wenn du zurückkommst, kommt die Belastung auf den kleinen Finger und der Ellbogen ist leicht gebeugt. Du musst hier nicht ganz runter, das macht keinen Sinn. Wir wollen ja das Handgelenk absichern und das wird irgendwo in diesem Bereich hier stattfinden. Auch hier taste dich langsam ran, finde deine Dosis. Wir machen wieder bis 5 bis 10 Wiederholungen. Kommen wir zu einer weiteren wichtigen Funktion. Und zwar werden wir jetzt einen Handteller-Push-Up machen. Wenn du in den Handstand gehst und du läufst Gefahr, vorne über zu kippen, dann ist es wichtig, dass du in dem Moment genügend Druck mit deiner Hand aufbauen kannst, um dich wieder fangen zu können. Und dazu ist diese Übung hier da. Die Hände werden diesmal flach auf den Boden aufgesetzt. Der Zeigefinger zeigt geradeaus nach vorne auf 12 Uhr. Der Ellbogen geht voll in die Streckung. Das bedeutet, wenn du hier richtig schön drehst, dann zeigt die Ellbogenbeuge eigentlich auch schon auf 12 Uhr und folgt dem Zeigefinger. Von hier aus schieben wir uns aus den Schulterblättern raus, finden mit den Knien wieder die Dosis, die wir aushalten können. Und von hier aus geht es hoch bis zur ersten Verlangs der Hände. Das heißt, ich habe nur den Handteller hier gehoben, bin mit dem kompletten Finger noch auf dem Boden. Wichtig ist, viele wollen die Ellbogen einbeugen. Du musst aber versuchen, den Arm gestreckt zu lassen, weil gerade im Handstand hast du den Arm gestreckt. Und es ist wichtig, dass du die Kraft hieraus entwickeln kannst. Die Kraft entwickelt sich aus dem Unterarm, aber über die Hand trainieren wir das Ganze jetzt. Auch hier fünf bis zehn Wiederholungen, bis du halt vielleicht sogar im langen Hebel das Ganze machen kannst. Kommen wir zur letzten Übung. Für die letzte Übung werden wir uns jetzt noch um die Finger kümmern. Das hat einfach auch nochmal den Sinn, wenn du im Handstand stehst und du kippst über, dann musst du vernünftig auch mit den Fingerspitzen drücken können, damit sich auch der Druck in der Hand super verteilt und du eben auch nicht überschlägst. Dazu legen wir die Hände diesmal flach auf, die Fingerspitzen sogar eher ein bisschen zusammen. Zeigefinger zeigt wieder auf zwölf Uhr. Du schiebst dich wieder aus der Schulter raus, die Knie finden die Dosis. Und jetzt gehen wir nicht hoch bis hier, sondern wir wollen komplett auf die Fingerspitzen rauf. Das heißt, der kleine Finger und der Daumen, die werden irgendwann raus aus dem Spiel sein. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ellbogen bleibt durchgedrückt. Du schiebst so weit, du kannst raus und lässt sich wieder komplett ab. Wenn du jetzt hier hochdrückst, ist für dich wichtig, wenn du sehr steife Finger hast, würdest du das Problem nicht haben. Aber wenn du sehr mobile Finger hast, ist es das Schwierige, dass du deine Fingerspitzen jetzt nicht durchknickst in irgendeine Richtung, sondern dass du versuchst, deine Hand komplett flach und gerade zu halten. Dass es nicht gleich so aussieht, sondern dass du versuchst, deine Hand gerade zu halten, hochgehst auf die Fingerspitze und dann wieder ablässt. So kannst du dann die Hand auch vernünftig kräftigen. So, die Frage, die sich jetzt noch stellt, wie oft kannst du die Übungen machen? Ich habe ja vorhin gesagt, du musst deine Dosis finden. Ich würde jetzt für den Anfang empfehlen, zweimal pro Woche drei Durchgänge, a fünf bis zehn Wiederholungen. Und wenn du merkst, deine Handgelenke halten mehr Last aus, du merkst es ja leider meistens erst am nächsten Tag, wie es dir damit geht, und deine Handgelenke, die grünes Licht geben, dann kannst du die Dosis weiter steigern. Dann kannst du diese Übungen sogar jeden Tag machen, bis zu fünf Durchgängen und zehn Wiederholungen. Dann tragen dich deine Handgelenke richtig schön durch den Handstand durch. Ich habe natürlich vorhin gesagt, es gibt noch ein paar andere Grundlagen, die wichtig wären. Zum Beispiel eine stabile und mobile Schulter, die weit genug in die Öffnung kann. Oder das richtige Spannungsverhältnis im Körper. Falls dich das interessiert und ich ein weiteres Video dazu machen soll, dann schreib das doch bitte unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit den Übungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.